Na, dass man so auseinanderziehen kann, kriegt von Anne gleich ne Fackel, wenn er ihr damit hinzahlt. Das ist ja nicht. Und es gibt auch welche, die sind so gerade, ohne so'n Schnups. Richtig. Leider nix. Und müssen es nächstes Jahr nochmal gucken. So. Auf, wenn's Anne ist, kommt er gerne. Genau. Und guck mal, ich tausche Schnupsen. Bleibt da stehen. Ihr legt das da hin. Jeder ein. Oh ne! Wir haben das hier. Wir haben das hier. Wow! Wir haben es schon. Zusammen. Schau mal aus. Luck das so dicht. Ihr schlägt, liegt da weg. So, was? Liegt da hin, genau. So, alle verteilt, ich weiß, ich hab nur noch nie. Geht her, geht her! So, geht das mal rum. Und am besten haltet ihr die fremden Geschichten auf. Gar nix! Gar nix! Ja, das stimmt. Ich hab dir jetzt schon eingelassen. Das ist so ein bisschen, ich verstehe nicht, was wir tun. Zwei bis sechs. Vorsicht jetzt mit dem brennenden Packer. Einmal drehen, dass die Flamme nach unten zeigt. Rutsch mal ein bisschen weiter. Stopp, stopp, halt schon. Schön reinhalten. Richtig reinhalten, dass es anfängt zu brennen. Genau. Das ist ja mal wieder ein Erlebnis für die Kinder. Cool für die Kinder, ne? Das ist gut für die Kinder, ne? Ja. Guck mal, du gehst schön rum. Schön reinhalten. Ja, wow. Das sieht gut aus. Passt doch. Vorsicht! Doch, rein, rein. Schön reinhalten. Dann klappt das auch. Schön, wie da alle so zahlreich da sind. Hat was. Ja. Geh hin, da kriegst du noch ein bisschen. Wow. Au! Au! kupfer reinstellen! Au! Steff. Au! Au! Untertitelung des ZDF, 2020